Oh, pötchen. Schatz, Sie müssen auch reden. Ja. Oder wollen Sie Ihren Sprachfehler verheimlichen? Du kriegst sie gleich sowas von mir, ne? Ich weiß. aber wir müssen trotzdem einmal gucken aber du hast die spiegeltür nicht gesehen ich habe auch nichts doch da da kartenverkonten 27 ja wir brauchen nicht erst mal nicht ach guck mal neue schrotmonie eine spritze das schnallt so kann ich noch nicht anhalten ich würde nein da lag was da gehen wir da an diesen verteiler kraften hier und 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 jetzt kriegen wir es hundertprozentig besucht und 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 guck mal wenn ich jetzt zum beispiel den die müssen alle blinken also wenn blinkt stimmt der lift leuchtet und zum lift wollen wir doch ne schatz das stimmt noch nicht bin ich elektriker die kann man aber auch nicht drehen das ist ja das schlimme ja der da kommt schon mal in die mitte der hat das schon geleuchtet so der da da unten hatte ich doch schon hat geleuchtet und das grün so jetzt müsste es stimmen hat mir die ganze zeit ich gucke mich einfach noch mal um hier jetzt musst du kommen wir da rein so jetzt musst du in den aufzug und jetzt müsste es gehen viele möglichkeiten gibt es nicht wir hatten doch alle mal der grüne leuchtet richtig das stimmt das stimmt so die leuchten ja siehst du so da sind wir wieder mussten kurzen einlegen frau ist umgeknickt beim sich richtig hinsetzen und dann ja ich habe ja eh schon eine verletzung mein bänder ist sondern so so wie schaffen wir jetzt diesen das muss auf jeden fall leuchten so wie ich das gesehen habe weil wenn es nicht leuchtet dann also wir gucken mal also was was hier alles angeht wir lesen ich kann leider kein englisch aug und lift das ist ja schon mal wichtig ich will mich aber irgendwie voll haben ich bin wieder feige heute hier gibt immer noch nichts worum geht das nicht es leuchtet doch alles hier kann man auch nichts machen hier kann man auch nichts machen weil kann man da rein das ist ja ne da da vorne da ne achso vielleicht hat das auch was mit diesem generator hier aussieht der steht nicht umsonst hier weil wenn du guckst geht es hier nirgendwo ja gut es geht schon hier weiter aber hier kamen wir doch schon her ja ja das ist es ja hier liegt noch 10 hier liegt noch schuss ohne ende 16 schuss liegen hier rum boah wir hätten echt mal das upgraden sollen kann man sehen wie viele punkte wir haben nö nö scheiße beim generator da war da so eine kurbel dran echt ja da ne da da ist doch so eine kurbel da lol tausendmal dran vorbeige... oh 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 aua ja du musst gegen den kämpfen glaube ich jetzt oh oh ja warum musst du ausgerechnet immer recht haben ja dann mach jetzt auch gleich sind wir tot ne ich pass auf ne ich schreib der wirft mit hinter Tadeus ja das ist wirklich Tadeus ja das ist wirklich Tadeus Aber gut, echt, dass wir das Rennen nochmal ein bisschen voll gemacht haben. Er schießt drauf. Weiter. Wartet schon? Aua. Aua. Da, die kleine Missgeburt. Ja, ich soll doch hier gucken. Oh, oh. Oh, oh. Geld. Die lieber viel Punkte. Zehntausend. Hier ist nichts mehr. Nee, aber es war gut, dass wir Magnumunition... Achso, wir wollen uns jetzt nochmal hier umgucken. Ich hab nichts gesehen in der Zeit. Ich auch nicht, aber müssen wir jetzt nochmal die Kurbel drehen? Das werden wir jetzt gleich rausfinden, aber das ist schon... Aber der war eigentlich... Die Waffe ist geil! Die haben wir total unterschätzt! Stimmt. Nee, aber hier liegt auch nix. Kontrollpunkt erreicht. Muss ich jetzt nochmal drehen? Ja. Aber ich glaube, jetzt können wir in Ruhe drehen. Der Hebel ist gegangen. Der Hebel ging von alleine. Hier ist auch noch was aufgegangen. Sollen wir erstmal da rein? Mhm. Ah, guck mal hier. 300 Punkte. Schrotmoni. Bolzen. Also, zum Bauen von Bolzen. Boah, das ist ja richtiges Schlagaffenland hier. Schon wieder normale Muni. Nochmal 1.000 Punkte. Wir haben da 20.000. Ich glaube, das war's. Mhm. Aber gut, dass wir nochmal hier hingegangen sind. Aber das Vieh war... Einfach. Tummelei. Na ja, einfach. Wir sind auch mittlerweile gut gerüstet. Ja, also, die Magnum war schon sehr, sehr... Die ist... Boah, sehr, sehr gut. Ähm. So. Und jetzt? Zieh den Hebel! Alles klar. Zieh den Hebel! Wir gehen hoch. Eine lange... Naja. So. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Dankeschön. Aber immerhin ist Thaddeus tot. Gott sei Dank. Obwohl, wir haben schon so viele erledigt und die kamen immer wieder. Ja, das stimmt. Stimmt, wie oft kam Godzilla wieder, Heinz. Ja. Das war schon... Oder die haben alle Schwestern und Brüder. Ja. Kumpel Heinz. Kumpel Gotzi. Hahaha. Hahaha. So. So. Okay. Wenn du was siehst, wie immer schreien. Hm. Schlüssel. 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 Oh, das haben wir schon wieder zwei. Okay. Okay, logisch. Wo lang? Hm, da rein. Da rein oder da durch? Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ne, ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Ja, dann müssen wir wohl da hoch, ne? Dann müssen wir da hoch. Dreh dich um. Und da. Ah, ich glaube, wo wir langen müssen. So. Ja, wir hätten... Jetzt hätte ich gerne die Speichertür noch mal. Und Kontrollpunkt. Yeah. Das heißt nichts Gutes. Ne. Hier liegt aber auch nichts mehr rum, ne? Ne, gar nichts. Gar nichts. Wir müssen jetzt einfach nur noch in den Zug. Das heißt nichts Gutes. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Da ist mal eine schöne Ampel, ne? Rot, heiß, bleibe, stehe, grün und ganz gehen. Kann man da raus? Weiß ich nicht. Es wackelt. Oh, du. Guck mal, da steht. Nee, Schatz. Wir müssen da wieder raus. Da hinten kann man auch lang. Was? Wir müssen in andere Richtung. Entweder da raus. Dann raus geht es schon mal nicht. Oder da lang. Die Musik wird unheimlich. Dann kommen wir nicht raus. Oh, hör dir meine Musik an. You will. You? Also you will. Irgendjemand will uns hier was sagen. Ne? Also ich laufe ganz langsam. Nicht so ein Ding noch tun. Will heißt doch... Du wirst. Ja, du wirst sterben. Pass auf. Nein, nein. Was das heißt, weiß ich leider nicht. Ich kann kein Englisch. Suffer? Er geht nicht. Doch. Oh nein. Och man. Irgendjemand will der. Fuck, 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 fuck. Ja, ich glaube, jetzt heißt sie trennen. Oh, fuck. Oh. Hä? Lol. Dreh dich um. Ja, instinktiv immer, wenn wir irgendwo anders sind, umdrehen. Aber da war nix. Also ich blick langsam wieder. Er sieht es schon wieder so komisch. Das, Ruvik. Will der mit uns reden? Guck mal, der sitzt da ganz offen. Schon wieder hier? Warte. Da rufik. Ich hab dir damit einen gefallenen Tag. Du hast keinerlei Nefant. Du hättest sonst bei einer semiösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Warte, da liegen Punkte. Aber sie werden es wissen. Ich hab dich auf jede Erfüllung. Ich bin nicht mal schnell. Was sonst? Ich hab was ich brauch. Ich bin nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind die Händlinge auch schrot und bunter. Wir. Das magst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht verändern. Gut erkannt. Ruvik will uns irgendwas zeigen. Ändern. Mal wieder das Hirn. Findest du jetzt Mitleid von mir? Nein. Ach, nö. Ah, ich weiß, was los ist. Die gehen nicht kaputt, Schatz. Ich glaub, die gehen kaputt. Hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Mhm. Okay, ihr wollt's auf die harte Tour. So, jetzt liegen die hier. Siehst du, jetzt kannst du nämlich da daran ziehen. Ah. Das hat man nämlich ja schon mal. Du hast mittlerweile keine Chance gegeben. Jetzt hat sogar Frapsmore kurz gesagt. So. Das war doch bitte das Anwesen. Und damit ist Kapitel 14 abgeschlossen. Huh. Halleluja. Was erwartet uns im nächsten Kapitel? Das werden wir nächstes Mal herausfinden. Beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Hier bei Let's Play. Äh, wie heißt das Game? The Evil Within. Wir stehen kurz, glaube ich, vor der Wahrheit. Ruvik wollte uns irgendwas zeigen. Wie wäre das? Das letzte Kapitel. Ja. Jetzt kommt das letzte Kapitel. Das stand ja schon am Anfang fest. Ja, also wir wissen, dass es 15 Kapitel gibt. Wir sind bei Kapitel 14 fertig. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann heißt es, einschalten dringend. Finale steht an. Von The Evil Within. Und leider mit dir. Und, äh, Gott ist im Gottesnamen mit dir. Ähm, ja, wenn euch das LP gefällt, drückt den Daumen nach oben so fest, wie ihr könnt. Drückt ihn so oft ihr könnt. Abonniert so oft ihr könnt. Ne, also von mir aus macht ihr 200 Kanäle. Und jedes Mal abonnieren. Mucke Gaming HD. Ist mir kackegal. Du Spinner. Ich weiß. So, also. Nächstes Mal dringend einschalten. Die Spannung steigt. Das Finale kommt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.